Vers 17 Möge meine Lebensluft zurückkehren, eingehen in den alldurchdringenden, unvergänglichen Lebensoden in das universelle Prana, welches alles im Universum bewegt und eine Kraft Gottes darstellt. Möge dieser Körper zur Asche verbrennen, o mein Herr, erinnere dich an all dies, was ich für dich getan habe, an meine Absichten. Erinnere dich an all dies, ich bitte dich, erinnere dich. Erläuterung Die Wiederholung der Bitte weist auf deren Eindringlichkeit hin. Der Seele ist es nun wirklich ernst. Das Prana ist das lebenserhaltende Prinzip. Die Bereitschaft zu leben stammt aus ihr. Alle Kapazität des Denkens und der physischen Kraft hat ihren Quell im Prana. Das Prana, die Bewegungskraft im Körper, ist ein kleiner Tropfen des universalen Vitalitätsprinzips von Gott selber. Bhagavad Gita 13.16 Die Seele erkennt nun, dass sie ihr separates Dasein in dieser Welt ablegen möchte. Alle Kraft stammt aus ihm und gehört ihm. So sollen auch alle eigenen Kräfte und jeder Augenblick seines Seins nicht mehr außerhalb seiner Absicht gebraucht werden. Wenn diese Kraft von Gott isoliert wurde, schuf das Lebewesen die Wahnvorstellung, dass es selber das handelnde Prinzip sei, obwohl nur die Prana Gottes, in Klammer Parmatma, alles bewegt. Die Seele hat in Wirklichkeit ein eigenes Ich, ein individuelles Sein, das im Zustand der Vergessenheit zu Gott, aber nicht zum Ausdruck gelangt. Wenn man das falsche Sein ablegt, das sich selber für den Beweger der Dinge hielt, bleibt nicht eine trostlose Leere übrig, sondern die wirkliche Individualität der Seele, Svarupa. Dieser Vers ist ein Gebet an Gott, dass man doch bald diesen Körper ablegen möchte. Die Elemente mögen wieder eingehen in die Gesamtsumme und somit darf sich dieser kleine separat erhaltene Mikrokosmos auflösen. Die Erde des Körpers darf eins werden mit der Gesamtheit der Erde, das Wasser wieder verschmelzen mit allen Gewässern und das Prana, die Lebensluft, die den Körperantrieb auch wieder mit der Gesamtheit des universellen Prana verschmelzen. In allen Religionen kennt man die Situation, dass man für die Gesundung eines Kranken oder Verletzten betet. Doch wer hat schon einmal für das Eintreten seines eigenen Todes gebetet? Ist eine solche Person nicht morbid veranlagt? Selbst Schopenhauer, der Begründer des metaphysischen Pessimismus, der die Welt als Jammertal und das Leben als schwingendes Pendel zwischen dem Schmerz und der Langeweile betrachtete und die Lebensgeschichte als eine Leidensgeschichte, als fortgesetzte Reihe großer und kleiner Unfälle, sah im Suizid keine Lösung, weil der Wille umgehend eine neue Form finden würde und so das Lebensrad aufs Neue in Gang bringen würde. Wenn die klare Erkenntnis der Unterscheidung zwischen dem sterblichen Körper und der ewigen Natur der Seele im Herzen dämmert, dann verschwindet das Verlangen nach äußeren Freuden und Güterbesitz in der Welt. Anhaftung fällt weg. Sterben ist nichts mehr als das Ablegen eines ausgetragenen Kleides. Im Yoga Sutra 2.8 wird der Wunsch, sein Leben zu erhalten und Verlängern als Klesha, als Leid bezeichnet. Jedes ewige Wesen strebt natürlicherweise nach Beständigem. Aber im Zustand des Vergessens überträgt man diesen Kontinuitätswunsch auf das Zeitweilige und möchte hier Zeitlosigkeit erfahren. Der Überlebenstrieb ist nun geboren. Jedes Geschöpf hat den Willen zu leben, will an dem Leben hier festhalten. Und das ist eine Grundursache für Leid. Was treibt jedes Lebewesen an, sich konstant gegen das Sterben zu wehren? Einerseits sicher eine schlummende Ur-Erinnerung an die Unvergänglichkeit der Seele, aber auch eine Erinnerung an die leidvolle Erfahrung zu sterben, die man in der Vergangenheit erfahren hatte. Wären wir in der Vergangenheit noch nie gestorben, wäre dieser Impuls, sich gegen das Sterben zu wehren, nicht existent. Das Hängen am Leben kann nicht einfach beseitigt werden durch philosophisches Nachdenken. Erst muss die Avidya, der Deckmantel, der unsere Beziehung zu Gott latent werden lässt, gelichtet werden. Und dies geschieht durch die Selbsthingabe zu Gott. Das Übergeben, sich selbst ihm anzuvertrauen. Diese Sehnsucht nach Gottesdienst als reine Seele, einen Austausch mit Krishna zu erfahren, kann so stark werden, dass das Abhinivesha, der Überlebenswunsch, gänzlich aufgelöst wird. Das ist genau, was in diesem Vers beschrieben wird. Der physische Körper ist ein Symptom des Wunsches nach Gottvergessenheit. Wenn nun die Erinnerung an ihn aus tiefster Freiwilligkeit erwacht, bemerkt man, wie dieses körperliche Gefäß für diese Freude in Gott und Sehnsucht nach Hingabe zu ihm viel zu klein ist. Ein wachsendes, kleines Küken zerbricht das Ei, das einfach zu eng für es geworden ist. Dann wird man von Gott eine Form erhalten, die diesem brennenden Wunsch nach Sehver, Gottesdienst, angemessen ist. Einen spirituellen Körper. Dieser Vers ist nicht ein Ausdruck der Lebensverneinung, sondern ein Gebet nach der Intensität des Gottdienerns in einem spirituellen Körper. Dieses Dienenwollen in einem physischen Körper wird immer wieder unterbrochen von Unterhaltungsarbeiten für den Körper. Man muss ihm zu essen geben, in Schlafen legen und ihn auch putzen, was letztlich nur eine indirekte Art des Sehver darstellt. Das wird wie als eine Unterbrechung empfunden. Von Raghunath Das Goswami wird berichtet, dass er immer wieder das Schlafen und Essen für mehrere Tage vergessen hatte, um ihm dann wieder einmal ein wenig Schlaf zu gönnen. Franz von Assisi entschuldigte sich bei seinem physischen Körper immer wieder und sagte ihm, mein lieber Bruder Esel, es tut mir leid, dass ich dich nicht angemessen schonen kann. Die Seele brennt. Das ist ein Symptom dieses Intensitätsausmaßes, von dem dieser Vers hier spricht. Wenn diese Sehnsucht wieder erwacht in einer Seele, sprengt diese Liebeskraft die körperliche Form genauso wie eine kleine Glühbirne bei der Durchleitung von 20.000 Watt zerbersten würde. Das Ablegen des fremden Gewandes wird nie als Mangel empfunden, sondern wird in dieser Gottverliebtheit nicht einmal wahrgenommen. Im Körper ist immer irgendetwas los. Irgendwo zieht sich etwas zusammen, drückt etwas, schmerzt eine Stelle und so weiter. Man kann sich ewiglich damit beschäftigen. Es wäre ein Abstieg in den körperlichen Sumpf. Die hypochondrische Wahrnehmungsflut aus der körperlichen Welt, die sich uns gewohnheitsmäßig ständig aufdrängt, führt nie zur Erkenntnis. Der Geist braucht Konzentration. Wenn er orientierungslos umherirrt im Labyrinth der Sinnenwelt, zerzaust er sich. Ein verzettelter Geist ist schmerzhaft, da es ein Symptom ist, noch nichts gefunden zu haben, was ihm andauernde Faszination schenken könnte. Konzentration ist eine Verdichtung der Aufmerksamkeit. Der Geist ist angelegt auf die Ausrichtung auf die wunderschöne Gestalt Sri Govindas. Das nennt man dann Meditation. Dieses Gebet stammt aus dem Zustand der Meditation. Im zweiten Teil des Verses befindet sich ein Gebet, das der Herr sich an einen erinnern möge. Viele erfahren das Gebet nicht als Dialog, sondern als einen Monolog, eine Reden gegen eine Wand. Das ist anstrengend. Es scheint nichts zu bringen und die Welt erzog uns zu pragmatischem Denken. So ist es naheliegend, das Gebet in seinem Leben zu vernachlässigen. Aus dieser Ausblendung des Gottesbezuges resultiert aber eine Verzettelung unseres Wesens. Wenn man selber nicht auf das Zentrum aller Existenz hin zentriert ist, erfährt man existenzielles Sinnvakuum. Dieses ist ganz konkret in einer grundlegenden Unruhe spürbar, die alle Lebensbereiche durchdringt, auch wenn man in ihnen scheinbares Glück erlebt. Der Mensch wird erst ganz und vollständig und damit ruhig in der Ausrichtung und Hinwendung auf das Du Gottes. Beten ist nicht einfach nur vor sich hin sprechen. Es ist das bewusste Eintreten auf ein Du hinzu. Dieses Du ist zu umfassend, als dass man es im Moment wahrnehmen könnte. Es ist aber reell, viel realer als die gesamte Erfahrungswelt, mit der man sich normalerweise beschäftigt. Sämtliche unterschiedlichste Erfahrungen und ihre ständige Bewertung, die ein Lebewesen in den drei Bewusstseinszuständen Tiefschlaf, Traum und Tagtraum, das, was ein Mensch dieser Welt als Wachzustand bezeichnet, erlebt, sind nichts anderes als Täuschung, am wahren Leben vorbeigelebt. Schrimad Bhagavatam 12.4.25 Wir sind in ihm drin, von ihm vollständig umgeben, getragen und erhalten durch ihn, existieren auf ihn hinzu. Und selbst unsere Kapazität, ihn vergessen zu können, stammt von ihm. Und in der Hingabe zu ihm löst sich seine Verborgenheit auf. Zu Beginn des Betens tritt man in Verbindung und Berührung mit sich selbst. Die Selbstverankerung ist die Ausgangslage jeglichen Gottesbezuges. Denn wenn man gleich in heilige Worte und Gefühle flieht, führt einem das Gebet nicht zu Gott, sondern in die weiten Räume eigener Fantasie. Was wird Gott nun mitteilen? Das Gebet zwingt einen zur Wahrheit. Ich kann dem Allwissenden nichts vormachen. Obwohl er alles bereits kennt, erfreut ihn die neue Emotion von Seiten der Seele. Natürlich weiß der Herr, was die Seele für ihn getan hat. Bei ihm ist das Kleinste für immer unvergessen. Dennoch bittet man ihn, sich dessen zu erinnern. Der Sterbemoment ist immer der Augenblick, wo aller Stolz zusammenbricht. In Demut schaut die Seele auf das eigene Leben zurück und fühlt immer, dass es nicht wirklich viel war, was man dem Herrn in diesen paar Lebensjahren geben durfte. Man hätte eigentlich vertiefter und inniger leben können und nicht so viel Zeit für sinnlosen Tanz aufwenden müssen. Jemand, der in diesem Vers zum Ausdruck gebrachten brennenden Haltung betet, dass er sich sogar der Körperhülle entledigen möchte, weil sie ihm zu eng erscheint, hat sicherlich nicht wenig getan für sein inneres Leben. Je näher man zu einem großen Gebirge kommt, desto kleiner fühlt man sich davor. In der Gottesferne mag man noch in der Selbstgenügsamkeit leben und glauben, dass man selber doch recht gut dasteht und schon viel Wegstrecke getan sei in seinem inneren Leben. Die Arroganz glaubt, man wisse so viel. Genau dieser Stolz des falschen Wissens muss zerstört werden. Wenn man den Pfad dieser Unendlichkeit begeht, hat man, je weiter man ihn beschreitet, immer stärker das Gefühl, noch nicht einmal richtig angefangen zu haben. Wir können viel erreichen, indem wir uns Konzepte aneignen, wertvolle, machtvolle Konzepte, die vorgeben, spirituell zu sein. Je tiefer die Innenschau und die Erkenntnis gehen, desto dringlicher erscheint einem die Zufluchtnahme. Die verwirklichte Seele stützt sich überhaupt nicht mehr auf das Selbstgemachte und glaubt überhaupt nicht mehr daran, Gott irgendwas darbringen zu können. Sie fühlt sich selber gänzlich unqualifiziert. Deshalb gehen Bremer, Gottes Liebe und tiefste Demut immer Hand in Hand. Verbindung zum nächsten Vers Diese Upanishad kulminiert im folgenden aufrichtigen Gebet. Es ist ein Übergeben an die Führung Gottes. Demütig fleht man seine Gnade an. Die liebesgefüllte Seele möchte den Weg zum Herrn nicht einfach nur für sich begehen. Es ist nicht mehr nur ein Gebet für sich selbst, sondern gleichzeitig eines für die Erhebung aller Wesen. Die vorangegangenen Verse sind in der Ich-Form geschrieben. Da im Gotteszugang natürlicherweise eine Verbundenheit mit allen Mitseelen wächst, sieht man nun den inneren Weg nicht mehr als Selbstbefreiungspfad an. Jeder kleine Fortschritt wird nicht nur auf das eigene Konto einbezahlt, sondern die Liebe verteilt es natürlicherweise auf alle Mitgeschöpfe. Dieser letzte Vers ist deshalb in der Wir-Form gesprochen. Es ist die Ausweitung des Ich-Gefühls auf alle Wesen hin. In der Hingabe an ihn entschwindet unsere gesamte Vergangenheit. Deshalb wird Krishna im nächsten Vers als Agni, Feuer, angesprochen, da seine Gegenwart alles, was wahr, spurlos auswischt. Es zählt nicht mehr, was wir in unzähligen Leben alles getan und durchgangen sind. In diesem einen Moment der Hingabe erübrigt sich alles. Siehe Chaitanya Charit Amrita 2.22.35